wieder zu einem pokémon opening zur sturm am firma nennt die top trainer box so aufschieben dann haben wir hier mal auch diese coole mappe mit den ganzen karten drinnen was hier alles so ist an kam davon hätten wir gerne was stimmt stimmt so macht nichts wir öffnen hier da noch weiter haben wir hier eine sehr professionelle stütz hilfe dann haben wir hier karten trainer dann auch jede menge energien verbrennung vergiftung gx marker dann auch chance würfeln und eine und jede menge booster und zwar genau eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht booster davon von sturm am permanent und wir öffnen mal hier einfach mal eines so drei vier das machen wir ein bisschen schneller blussel bildbar bis kurs an wie überhaupt mit nervengift und katagami ultra best ihr himmels papier okay also für den anfang ist es sehr gut mit zwei metallenergie 40 plus 90 130 schaden und dahinter als zum pecks mit kraft zug aber wenn das zug ist kannst du eine karte aus der hand auf eine ablage stoppen legen wenn du das machst hier drei karten nicht schlecht und wieder punkte so das nächste das nächste ganz so drei vier kürtel 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 k zum schluss wünschen können noch und jetzt noch so dann 1 2 3 4 blattenergie ein sonnenfilm ein lebenskräuter himmelturm samurzel tannhill schuppet hydropi flemmi gekkabohr voltenso mit voltstadt zeit am zug müssen dieses pokémon während einer spielverwaltung auf deiner hand hast kannst du es verdeckt in die position eines aktiven pokémon oder kleine bank legen cool cool aber dann muss man mal haben so dann noch mal das nächste so 1 2 3 4 eine energie saganabys planers tv reporter tannhill la vita weil mehr knuffenser hat er schon ziemlich cool aus dieser art wird lampi das wir auch nicht ein sonnenfell und dahinter ein tengulis gx mit perplex 40 sonder sensor 90 plus wenn man genauso viele handkarten hat noch mal 90 und hülle des frevels die exe lern pokémon eines gegners dann gegner gemischt jenes pokémon und alle an es anliegende karten in seinem deck ist auch nicht schlecht schon zwei links hier zur ringbogen dazu und öffnen einfach das nächste booster mit richtig faser drauf und wir sind schon mal ein flummel kamera steht halten 1 2 3 4 flitz energie draschel notgürtel was wir gehen wo das ist ziemlich cool eigentlich coreogl flirme tuska giftige abrechnung das ist auch nicht so schlecht gibt das ging ja schon monster pokémon nicht monster hibiskus gegger bohr eneco ein lavita und dahinter verbirgt sich ein grönt mit spiegelschritt aha aha also bei miromages kommt halbwegs gut aber sonst nicht wirklich man muss es auch noch entwickeln gut das nächste das nächste red quasi so 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 3 4 eine energie ein jungklu der hixenia ein ultraball lampi schlupuk tuska flamdy schuppet noch ein flamdy und ein Beilor mit 220 schwindende Welle 200 Minus mal der 50 Schattenpunkte mal der Anzahl der Schadensworte auf dem Buch und um um nicht so gut aus und man hat es immer wieder so das vorletzte vorletzte wir wünschen uns noch eine GX Karte noch etwas glänzendes funkelndes gutes ein Reptain Lanturn ups Schuppet Gekabor Tuska Hydropie oi Schneckmark an Pokken in Reverse und Krawooms gefährliches Konzert und schwerer Einschlag naja jetzt wünschen wir uns noch etwas funkelndes rechtes Gekabor haben wir gleich mal gesehen 23 4 ein Energie Schluckweg Expedition die unterirdische Metheno mit fallender Steinfähigkeit noch ein Gekabor Voltoball Sniebel Samurzel Schlupfbuck Aprikoko Hersteller den ich suche nicht nach bis zu zwei Itemkarten den das Wort Ball zu machen gehört zeigen sie dagegen nimm sie auf deine Hand Mischer und schließen dein Deck gar nicht so schlecht und dahinter ist noch Oh ein Lunastein mit Sonnenschatten das ist sehr schön und zwar mal Tengulis GX und eine Regenbogen Energie in Gold das ist wirklich sehr sehr schön gut dann bis zum nächsten mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal